Im Horrorfilm «The Boogeyman» wird eine Familie von einem furchterregenden Wesen terrorisiert, das sich am Leid anderer erfreut und sich von der Angst seiner Opfer ernährt. Eine unheimliche Stephen-King-Verfilmung, die weiss, wie sie dem Publikum schlaflose Nächte bereitet. Das ist das Ding, das irgendwann ihre Kinder holt, wenn sie mal nicht aufpassen. Dad, du musst auf mich hören! Okay, ich höre auf dich. Schätzchen, ich mach das schon.